Ja, ich bin Heinrich Grunden. Ich arbeite ehrenamtlich in der Hospizstiftung Omega in Bocholt. Die Hospizstiftung als solche hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ambulante und stationäre Hospizarbeit in der Region Bocholt. Dazu zählen ja auch die Regionen von Isselburg-Arnhold-Wert und Rede. Also die Hospizstiftung sichert die Arbeit ambulant und stationär von Omega. Und als Stiftung war es uns auch immer ein großes Anliegen, die stationäre Hospizarbeit weiter zu qualifizieren und auch zu verbessern von den räumlichen Gegebenheiten her. Und wir glauben, dass mit den jetzigen Plänen, die auch schon fast bauantragsreif gediehen sind, Wir glauben, dass wir damit eine bedeutende Verbesserung und auch Qualifizierung von stationärer Hospizarbeit hier in der Region erreichen können. Dankenswerterweise hat ja die Firma Evers, Herr Karl Evers, uns mit dieser Baustein-Aktion nochmal die Möglichkeit geschaffen, weiter für unser Projekt zu werben. Die Investitionskosten für ein solches Projekt sind ausschließlich durch die Hospizstiftung aufzubringen, zu finanzieren. Und insofern sind wir also dankbar über alle kreativen Ideen hinsichtlich Sponsoring und Spenden sammeln. Danke. Danke.